mein lieben geister ihr seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen wir sind hier irgendwie in der anderen dimension gelandet durch so ein dimensionsportal beim letzten mal und ich guck mal ganz kurz das ist glaube ich das slime genau und wir müssen jetzt glaube ich immer eine runde abschlagen das richtig sehe los doch auf geht's alles klar hat den kopf unten und versuch es mit den portalen eins davon muss hinaus führen die aus der wissenschaftliche methode ach du scheiße sie wissen definitiv dass wir da sind das problem ist wenn ich jetzt hier verrecke freunde dann ist vorbei und ganz kurz mal schauen okay ich komme überhaupt nicht zum weglaufen freunde wenn ich jetzt hier verrecke ist vorbei wieso rennt ihr nicht so jetzt rennt er fach kommen soll es wetzen alter man was müssen du für eine pussy rennen okay mit schmettern kriegt hinweg alles klar alles klar schmettern ist eine gute sache dass wieder ein portal da oben ist ein portal wir sind ganz wie rechts oder links wir gehen mal hier rein den kann man jeden paar ausprobieren müssen okay bin ich jetzt einfach stumpf auf der anderen seite wieder rausgekommen dann gehen wir da oben rennen wir eine runde jung so wir gehen jetzt erst mal hier in das rechte okay from her okay so okay so 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 Ok, wir gehen zurück, wir gehen zurück, kommt der nach, kommt der nach, der kommt nicht aber da ist der vorne kommt, ok Ok, wir gehen zurück, wir gehen zurück, komm, 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 da kriegt ihr uns geraten, es darf doch nicht, weil jetzt sind wir nicht tot, ne? Mann, was für ein Scheiß! Oh, man, wer seid ihr? Jetzt kann ich unglaublich schmettern, ich glaube ich kann jetzt wieder Ok, wir haben ihn zerschmettert, das ist gut, ok, wo müssen wir jetzt, da kann man glaube ich her Dann gehen wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal Oh, Ray! Also das war echt peinlich Das war ok, ich fand es ok, Ray, oh Das schreit nach einem Schleimschnapper Um einen Schleimschnapper zu spannen, schießt du auf den ersten Ankerpunkt, dann auf den zweiten Der aktivierte Schleimschnapper zieht sich dann zusammen Ok Je mehr Schnapper du in einem Punkt befestigst, desto stärker wird die Reaktion Ok Da ihre ektoplasmatische Ladung nur kurz wirkt werden, die Schnapper mit der Zeit spreude und brechen Aha Schieß mit einem anderen Ausrüstungsteil auf einen Schnapper, um ihn zu zerstören Wie ein Profi! Ja, ja Schleimschnapper finde ich gut Schleimschnapper finde ich eine coole Sache Ray, 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 warte auf mich Sieh dir das bloß mal an Wieder Schleimschnapper? Was, du bist ein bisschen nervös, Ray, kann das sein? Hallo? Musst du Pipi? Ich hab ja gesagt, vor dem... Wir sollten das wieder zurückbringen können Ja, 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 kriegen wir Geisterwelt oder nicht, die Hebelgesetze sollten überall gleich sein Ja, ja Rückschesser kann keiner leiden Ah ja, das ist echt heiß, Kadett Ja, finde ich auch Gut, also das Schleimschnapper gefällt mir, die Leute, das gefällt mir Ray, ich glaube, diese Ereignisse sind miteinander verbunden Ja Die große Ausstellung, der riesige Energieimpuls, das Setschwick Hotel Die Rückkehr des Marshmallowmanns Ja 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 Auch das hier Alles weist auf einen einzigen Ursprungspunkt hin Elissa Elissa Du glaubst, sie spielt hier bei einer... Hallo? Wieso ich wieder nicht? Ich muss mal draußen bleiben, ist so scheiße Zubi, bist du doch da? Ja, ja Vorsicht, die Spiegel sind nicht das, was sie zu sein scheinen Okay, ich äh... Oh Habe ich den gescannt? Doch, jetzt habe ich den gescannt Ach Aber schön hier Cooler Raum, Freunde Cooler Raum Gespensterleitfaden Gespensterleitfaden Ne, ich will jetzt keinen Gespensterleitfaden mir sehen Anschluss Das ist... Freunde Doch da Ich dachte, wir hätten kein Spiegelbild Haben wir ein Spiegelbild? Die haben ein Spiegelbild Ja, ja Azubi hat ein Spiegelbild Aha Oh Gott, oh Gott, das ist alles viel zu aufregend für mich Okay, machen wir mal hier den P.K.E. und so Aber das sieht richtig cool aus vorne Was ist das? Also dieses Schriftzeichen kenne ich nicht Sieht ein bisschen arabisch aus Oh Hat der mich gerade getroffen? Ich glaube, der hat mich getroffen Kann das sein, dass ich den... Ist das... Ist ja eine Frechheit... Ist der das? Das ist... Das ist wunderschön hier, liebe Leute Aber... Finde ich ihn jetzt nur mit dem P.K.E. Meter? Das ist doch schade Das ist doch... Okay, ich geh mal weiter Hm Ja, schöne Spinnenweben Das ist auf jeden Fall Oh, kommt die Musik her? Okay, ich glaube, ich habe ihn Ich glaube, ich habe ihn Ich glaube, ich habe ihn Ich glaube, ich sollte eine Falle auswerfen Moment Cool Oh, Falle mitnehmen Aufwertung kaufen Was kann man denn kaufen? Freunde, was kann man denn kaufen? Wir können... Wir können... Können kaufen... Können kaufen... Oh, wir haben 18.000... Wir können diesen... Genau, die hätte ich ganz gerne Benutzerreduzierte Schaden Okay, äh... Will ich haben... Will ich haben... Will ich ihn haben... So, jetzt haben wir noch 4.000 Da kriegen wir aber nicht wirklich viel für, ne? Schleimdruckverstärker Okay Reduzierter Schleimverbrauch Schleimschnepper Dauererhöhung Kost 5.000 Schleimstoffer Druckverstärker Was heißt das? Wir müssen doch Reichweite Kaufen bei es Wir müssen sowieso alles kaufen Und ich kann jetzt... Wir müssen sowieso, Freunde Wir müssen alles kaufen Glaubt mir, wir müssen alles kaufen So, wo muss ich jetzt hin? Aufwertung... Hab ich gekauft? Das muss ich jetzt hin Oh... Oh... Er schlägt raus Er schlägt raus Er schlägt raus Das ist aber eine komische Bibliothek, Freunde Oh, 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 oh... Ich bin hier am bewundern Und dann guckst du so schön Und dann... Fuck Ich glaub wir brauchen... Wir gehen durchs nächste Portal Wir gehen durchs nächste Portal 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 Portal, Portal Okay, ich habe schon zweimal versucht Es muss ein anderes sein Ja Ich glaub, die greifen uns nicht an Solange die nicht an... Da ist Ray Hey Ray Kannst du mich sehen, Ray? Nein, nein, nicht das da Okay Ich habe eine bessere Idee Ja Dieses hier Okay Dann gucken wir mal Diese Dimension ist extrem explosiv Sie scheint sich selbst auseinander zu reißen Ah... Wir müssen hier raus Mhm... Okay Wo komme ich jetzt hier hin? Oh, 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 oh... Oh nein Hast du was Furchterregendes gesehen? Ja, ja, das sehe ich die ganze Zeit gerade schon Stufen Jede Menge Stufen Stufen, 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 Stufen Okay Den habe ich, glaube ich, ein bisschen zu senden Wo komme ich jetzt hier hin? Wo komme ich jetzt hier hin? Wo komme ich jetzt hier hin? Ah, cool Mann, Freunde, 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 oh, guck, 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 guck so ist hier wie viele sind denn hier freue bist du gerade da bist du mir gerade am arsch und kraulen gewesen es gibt ja wohl gar nicht ja kommt keiner dran von euch das neues portal durch freundlich immer durch ja wirklich die machen es in den grünen zeug ich finde dass das dass das das glänzende das letzte portal das ich betrat war am ende einer langen treppenflucht eine lange wundern da ist ein art fahrer das soll nicht alles auf dem kopf steht freunde da den habe ich erwischt super jetzt gut artefakt ansehen ich will keine artefakt kann man was kaufen haben 7000 das ist obwohl reduzierte schleim verbrauch finde ich auch gut dauererhöhung ein verbrauch schleim schnapper immer den schnapper okay dann gucken wir auf jeden fall gleich noch mal weiter hier steht auf jeden fall alles mächtig auf dem kopf freunde das wo kann ich jetzt hier kann ich glaube ich rein kann ich hier rein ja ich glaube hier kann ich rein wenn man ein bisschen zubi jetzt habe ich auch schon zubi ich habe es auch geschafft wir gehen erst wenn du uns findest das finde ich nicht von euch such nach einer langen treppe das ausgangsportal befindet sich am oberen ende gut dass das könnte das hier sein das nehmen wir mal die treppe ist auf jeden fall länger ich mache hier die ganze scheiße und ihr sollt euch in ghostbusters rum komm 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 geht 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 von wo kommt ihr denn überall wo ist der kontrollpunkt freunde wo ist der kontrollpunkt wie wieso das ist das ausgangsportal befindet sich am oberen ende ja ok ich glaube die kommen unendlich oder ich gehe mal einfach ein stück weiter und hier denke es geht der penner nicht ja von hinten und von vorne ist es das ist man ihm leute wisst ihr was wir machen das in der nächsten folge ich sich jetzt hier im moment das war die falsche richtung ist doch egal ich sage jetzt erst mal vielen 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 dank fürs zuschauen und wir gucken mal dass wir das jetzt hier jetzt ich bin der schirm wird sie immer so nach einer langen treppe das ausgangsportal befindet sich am oberen ende das ausgangsportal gefunden das werden wir uns dann im nächsten part geben ich sage jetzt vielen vielen dank fürs zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem sinn habe in die renne von der hat und das ist das ist auf jeden fall eine tolle dimension ich finde